Yo Leute, was geht ab? Nachts unterwegs, wie man es von den Nafris kennt. Aber heute haben wir uns gedacht, wir sind mal wie Sam und Dean Winchester von den Supernature-Wales. Wir sind auf Geisterjagd. Wir jagen, glaube ich, den Geist von Lejanko. Es ist eine Psychiatrie. Der ein oder andere Hurensohn weiß Bescheid. Leute, wir sind noch nicht mal richtig drin. Und wie ihr wisst, der Halim ist ein richtiger Schisser. Der hat schon zweimal geheult und wollte schon fünfmal nach Hause. Voll nicht, gar nicht, Bruder. Hey Leute, hier ist eine alarmgesicherte Tür, aber ich werde die einfach aufmachen, weil mich lügt sowas gar nicht. Ich will, dass die Bullen kommen und uns im Wald nachts suchen. Weil ihr wisst ja, für Klicks macht man einfach alles. Hey Leute, sollte ich jetzt wirklich da hochklettern und runterfallen, damit ich wenigstens ein paar Abonnenten dazu bekommen habe. Abusfächeln, mein Tod. Leute, hier gibt es nichts, was ABK einen Herzinfarkt bescheren kann. Von daher lohnt es sich nicht für mich. Außer der Typ da gerade hängt, Bruder. So Leute, ich erkläre euch jetzt mal, was da steht. Erdem, der Hurensohn, der wollte nie Saskia Wasser trinken. Aber dann kam dieser Merte und der hat einfach das Fotzensaft von seiner Mutter getrunken. Ey, wisst ihr, was richtig geil ist? Achtung, Videoüberwachung. Das heißt, sollte ich meine Speicherkarte verlieren, werden die mir natürlich das Video nach Hause schicken. Ist auch ein Privatgrundstück. Aber das juckt einfach keinen, weil wir sind dreckig. Und zwar an alle Kinder unter 14, ihr dürft das auf jeden Fall nachmachen. Weil ihr seid nicht strafbar und eure Eltern haften dafür. Und da die meisten sowieso ihre Eltern nicht mögen, ist das auf jeden Fall eine korrekte Sache. Also geht alle raus, bricht irgendwo ein. Eure Eltern werden haften für die Kinder. Alles gut. Ey Leute, die Frau da oben winkt uns die ganze Zeit zu. Halt, ich fick da nicht mein Leben. Ey, warum macht die das? Digga, halt dich. Ey. Warum hab ich mir das Fick? Bruder, ich bin... Bruder, ich bin dreckig. Was wäre in meinen Augen wie ein Schwank dran gemalt, Alter? Ey Leute, hier ist ein kleines Abbild von Persia X Schwanz. Und hier hat irgendein YouTuber versucht, wir kommen wieder zu schreiben. Aber das einzige, was wiederkommt, bin ich in seiner Mutter, du Ohrensohn. Der einige Arme, der ist mir schockert, das spricht nur dazu. Da ist mir für mich jetzt. Da ist ein kleines Abbild. Ey Leute, zieht euch das mal rein. Haus Nummer 6. Geht's da rein, Bruder? Ey warte mal ganz kurz, da ist eine Leiche. Mach aber keinen Scheiß. Ich film mal eben die Leiche für die Klicks. Und du schimmst deinen geilen Arsch für die Klicks, Bruder. Danke. Du hast aber schon mehr Erfolg, da brauchst du keine Leiche für die Klicks. Freunde, falls ihr euch fragt, woher diese ganzen komischen YouTuber kommen, die ihre Familien und ihre Schwestern für ein paar Klicks verkaufen. die sind hier ausgebrochen, wie ihr sehen könnt. Es ist soweit, die Welt wird untergehen. Aber macht euch keine Sorge, denn Heikel und Harley Winchester sind da. Und werden die Welt retten. Hey, guckt euch mal den Idioten an. Die einen kennen es aus Computerspielen, die Ego-Shooter Perspektive. Ich kenne es aus dem wahren Leben. Oh mein Gott. Ich bin auf eine Mine getreten. Hey, was ist das hier? Hast du das gehört? Hast du das gehört? Hast du das gehört? Was ist das? Warte mal. So, ich muss hier rein gehen. Warte mal. Warte mal, warte mal, warte mal. Alter, fack ich nicht ab, Alter. Das ist einfach nicht normal. Das ist eine wahre Geschichte. Das ist wirklich passiert. ich wollte mir mein gesicht waschen sorry ich habe chips gegessen dann wollte ich mir meine hände waschen bin zur klinik rausgefahren und dann habe ich mir auf einmal mein gesicht gewaschen und auf einmal war so eine kreatur hinter mir und dies dann schnell rausgelaufen ist das wirklich schwarz damit die hochgehen ich glaube die fit nirgendwo hinten nein da ist ein eingang ich will springen ich schwöre das gehört ich schwöre ich schwöre das macht mal kein spaß aber ich will noch ein paar klicks bitte noch zwei klicks noch zwei klicks bitte noch zwei klicks ich weiß nicht aber irgendwie habe ich das gefühl es wird noch was richtig schlimmes passieren ich habe richtig das gefühl es wird was richtig ekelhaftes passieren aber einen von uns dreien ich weiß nicht wem ich hoffe nicht mehr weil ich will das video auf jeden fall hochladen ich weiß nicht hier ist auf jeden fall so eine komische luft scheiße 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 die verfolgen muss er wo ist mein autoschlüssel ich hab den da verkehr ich hab das mit darunter gefallen ja der autoschlüssel liegt da noch scheiße scheiße ich gehe da rein ich gehe da rein ich gehe da rein wir brauchen den autoschlüssel wir brauchen den autoschlüssel der autoschlüssel die suchen nach mir ich hab mich versteckt das ist so heftig man sieht gar nichts hey da kommt einer da kommt einer ich hab den stück lauf 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 wie wir bei